Ruh! Einfach mal ruhig spielen wollen. Das hatte ich mir 24 Jahre, und ich habe die Ausstellung erst auf die Idee abgebaut. Die Großlandschaft war mäßig. Es war ein Kommand von der Gemeindeölfen, die viel für Raum wollte ich durchstellen, und die Leute rumgehen. Auch durch die Tatsache, dass man heute alles durch den Ekron gucken und Platz ist als Köper am Raum zu leben. Das würde mich interessiert, für dort etwas zu machen, als Bild, was gefühlt vom Raum, von der Natur hier in einem mäßigen Raum geht. Dürfen Holla, ein mäßig. Ein Kommand für Privatmänner sind frei. Kommanden erlauben wir in künstlerische Unaufhängigkeit. Auf den ersten Blick, ganz bescheiden Bilder, die Komplexität vom Aufbau richtig klaarmachen, was in diesem Elan gekauft. Die Leuchten von 13 Mosaiken, die die Carlo Signorini zum Schluss von seinem Leben noch viel Jahre von Bilder für mich realisiert hat. Gleichzeitig an der Tradition von Mosaik für Ravenna und trotzdem Last gelöst von all Dogma an Ideologie. Stebruch auf der Kirche Mühlen am Sommer. Ein von sechs Versionen an die einzig am Sommer. Früher gab es in Thaisa und Lea für den Dach dort aufgebaut. Allerdings erinnert die Wundern an der Natur, die so auf der Kirche durchstellt, mich auch um mein Mann, die für 35 Jahre und einen Bord zum Morgen gestorben hat. Genewig ist mir wichtig, dass durch so Bilder auszudrecken, wie mir mit der Natur umgehen. Kleine Landschaftsbiller mit Bein. Die ganz kleine Serie sind entstanden, weil ich 2011 nur einen Herzinfarkt habe, dass mich größer schaffen während der Zeit. Dennoch haben sich die kleine Serie immer weitergeführt, weil ganz kleine Formaten auch eine ganz besondere Reizung, einen ganz besonderen Charme. Sie kreieren eine intieme Relation zum Betreuzer. Weil wenn sie wirklich gar gut gesagt dann muss sie nur drinnen rumgehen. Drei Variationen von der Gdras die auf Kirche feiert. Ein Wundernreicher Platz wo die Natur wie ein Open Buch für ein enges Leid. Ich schaffe einen Tag Variationen über das selbeste Sujet, weil das selbe ist nie das selbe wie ich das und wofür habe ich auch die Serie von drei Bilder bei Ihnen gewissen. Genie dieses Sujet gesehen ich auch eine Relation mit mittelalterlicher Buchmolerei oder auch Renaissancebildern, die mich immer fasziniert von. Das Größte von den drei Bildern, als übrigen sie klein und ein von den Brügel sind die leichte Bilder. La Chute d'Icar. Also den Icarus den Rohfeld weil sie nur bei Zorn geflogen ist. Just das hier bei mir an einem Heckfeld längs am Bild an den Bauern am Platz von einem Plum am Traktorschaft. Der der in Quiz der von dem nach Ông se der den der eigentlich der